Hast du dich gefragt, was passieren wird, wenn du alle mythischen Avatar-Elemente hast? Feuer, Wasser, Luft, Erde. Oh, das war episch. Schau das Video unbedingt bis zum Schluss, denn du wirst automatisch besser in Fortnite werden. Liken, abonnieren und Creator-Code Praxis-YT eintragen. Ich darf heute nur mit den vier mythischen Avatar-Fähigkeiten den epischen Sieg holen. Das heißt, Wasser, Luft, Feuer und Luft. Nein, Luft habe ich schon gesagt. Egal, hier ist auf jeden Fall erstmal Feuer und hier landen welche. Oh, ich muss mich beeilen. Ihr dürft mein Feuer nicht haben. Okay, ich bin heiß. Wo seid ihr, hä? Wo seid ihr jetzt, wenn ich euch Ruf sage, Dings? Ihr wisst, was ich meine. Da. Puscha! Kamadaka! Und wo ist der andere? Hallo, Griffin. Junge, was willst du? Junge, Junge. Tschüss. Ja, gut. Äh, damit haben wir jetzt schon mal zwei Kills, Digga. Okay, sehr gut. Hier haben wir jetzt gleich Wasser. Warte mal, warte mal. Bitte hat keiner genommen, bitte hat keiner genommen. Oh, hä? Warum liegt hier noch einer? Egal. Wir haben jetzt auf jeden Fall schon mal zwei Fähigkeiten. Und weil ich der beste Fortnite-Youtuber der Welt bin, gibt es hier auch die Luftfähigkeiten. Auf jeden Fall nicht. Also, ich wollte nichts sagen, weil die jemand schon genommen hat. Ey, Argen, wie geht's dir? Raus mit den Viechern. Oh, danke dir, Mann. A few moments later. Oh, nein. Ah, eau. Hä? Was ist das für Musik? Okay, okay, okay. Entschuldigung. Nein, nein, bitte nicht, bitte nicht. Sing, 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 sing. Cha-poo. Junge. Oh mein Gott, ich bin zu stark. Ich bin zu stark. FNCS wird... Ich wird... Ich wird... Fortnite World Charm... Hals, Maul. Oh, Erde. Erde. Ich hab Erde. Easy peasy. Was hast du hier? Eine goldene Banane. Okay, die nehm ich auch. Junge, ich hab jetzt schon drei Fähigkeiten. Es fehlt nur noch Luft. Und dann können wir den epischen Sieg holen. Ich hab schon drei Kills. Ich bin so gespannt, was passieren wird, wenn ich alle vier mythischen Fähigkeiten hab. Eminem, was machst du? Wow. Yo, Eminem, was geht ab bei dir? Okay, ich hab grad... Warte mal. Eminem. Oh, nimm das. Oh, hat geschmeckt. Bisschen eher... Oh, okay, okay. Chill mal ein bisschen. Ich hab das Gefühl, ich spiel Minecraft, Digga. Wir probieren einen... Oh, ey, yo. Eminem. Was machen Sachen? Geht sie... Okay, okay, okay. Er hat eine Fähigkeit. Hä? Woher fliegt der? Boah, das war knapp. War knapp. Guck, Wiederholung. VR. Ja, okay. Er war vielleicht schon unten. Aber er war trotzdem knapp. Stimmt's, Olaf Scholz? Jetzt abhauen, ne? Guck mal, jetzt erst große Klappe und dann abhauen. Boah. Oh, hä? Ich war noch drauf. Ich war noch drauf. Bro. Nimm Feuer. Komm her. Ich bin Feuer. Wasser. Oh mein Gott. Wasser ist ja richtig stark. Bro. Okay, wir müssen jetzt nur noch Luft finden. Da liegt Loot. Da. Bitte, bitte Luft. Bitte Luft. Ist das Luft? Wenn das Luft ist, fress ich einen Besen. Luft. Ich fress keinen Besen. Aber es ist trotzdem Luft. Ich hab alle. Wie nice sind denn bitte die Fähigkeiten? Guck mal, ich bin einfach Luft-Avatar. Was ist denn hier los? Oh mein Gott. Diese Erde. Ich glaub, Erde ist mit Abstand die beste Fähigkeit. Warte kurz, Iron Man. Ich will was testen. Iron Man, chill mal kurz. Wo ist der Mate? Warte kurz, warte kurz. Ich will diese Erde bei dir machen. Was? Alter, wie nice. Ich snipe doch einen auf mich. Geht so tief. Götti, gar nicht so tief. Hä? Ich war doch genau drauf. Warte mal kurz. Zu hoch? Junge, Feuer ist ja voll schwer. Und? Okay, Feuer ist wirklich schwer. Ich find bis jetzt Erde am besten. Schreib mal unten in die Kommentare, welche Fähigkeit du besser findest. Guck mal, wie der Loot ist. Guck mal. Die haben gerade jemanden getötet. Aber der Polizei ist hier. Oh mein Gott. In der Luft. Ich sag doch, Erde ist beste Fähigkeit. Okay, Wasser. Na, okay, geht durch. Getroffen. Getroffen. Oh mein Gott, ich bin Champion. Ich bin ein Champion. Du bist das Schienste auf der ganzen Welt. Guck, jetzt pushe ich den. Guck mal jetzt. Er will sich heilen. Wow. Wow. Aus welcher Hölle kommst du denn? Junge. Okay, kurz. Ich hab kurz technische Schwierigkeiten hier. Hoppa. Das war knapp. Wo ist der? Der ist hier irgendwo unter mir. Warte kurz. Wo ist denn der andere? Oh, du willst Ärger machen mit mir. Okay, warte kurz. Ich muss ganz kurz weg. Jungs, Jungs, bitte. Okay, ich muss weg. Ha, ihr Dummköpfe. Ihr seid die dummsten. Ihr seid die dummsten. Ja, das ist ja schon. Die Feuerfähigkeiten hab ich schon. Hoppa. So ein Gucku. Na? Junge. Junge, diese Feuerfähigkeiten sind so schlecht, Mann. Wo ist der andere? Hinter dem Berg also versteckst du dich, hä? Du kannst den Gucku auch nicht mehr retten. Ah. Warte. Junge, die sind so. Oh mein Gott, sind die. Die sind so schlecht, diese Fähigkeiten. Jetzt haben wir schon Wasser. Sehr gut. Hab ich euch eigentlich schon mal erzählt, dass ihr die Besten seid? Na, warte. Nicht du. Boah. Hä? Er hat geklaut. Was klaust du, Junge? Was schießt denn jetzt noch auf mich? Was hast du dir eigentlich dabei gedacht gerade? Wallah, Krise. Guck mal. Chillt doch mal da drüben. Traf ich von hier? Oh mein Gott. Oh, Wasser ist so gut. Guck mal, er will sein Nato. Guck mal. Warte. Na? Oh mein Gott. Wasser ist bis jetzt richtig gut. Nur Feuer gefällt mir nicht. Are you serious right now, bro? Wo ist mein... Hier ist mein Motorrad. So, ich trinke jetzt einmal kurz. Gunnergy. Gunnergy. Verpiss dich, du... Junge, wer stört mich bei Gunnergy trinken? Monta, hast du das gesehen? Oh nee, Digga. Das ist eine Banane. Warte mal. Hab ich durch den Baum... Geht das... Hab ich einen Glitch gefunden? Mit Feuer kannst du durch Sachen schießen? Niemals. What? Jo, was? Einfach durch Sachen schießen. Please help me. I'm under the water. Oh, hier ist einer. Er will sein Maid holen. Wolltest du etwa gerade dein Maid holen? Ach so, nee, warte mal. Was sind deine letzten Worte? Eins Meter. Olaf Scholz sieht das anders. Stimmt's, Oli? Olaf, du Mann hier. Was ist denn hier los? Oh mein Gott. Banane. Nein. Lass mal Banane in Ruhe. Hä? Wie ist Banane gestorben? Hä? Nein. Nein, nein, nein. Illuminati. Hier haben wir jetzt die Erdfähigkeiten. Sehr gut. Jetzt fehlt nur noch Luft. Aber bevor ich Luft finde, musst du mir einen Gefallen tun, okay? Wenn du das Video bis hier hingeschaut hast, dann schreib jetzt in die Kommentare rein. Oh mein Gott, Braxis. Das ist ja wirklich passiert. Und dann so ein Lachsmiley. Lass mal die Leute verwirren, die neu auf das Video klicken. Und lass mal ein Like da, damit ich sehen kann, ob du wirklich bis hier hingeschaut hast. Ich werde jedem, der das geschrieben hat, ein Herz geben. Was sind Fähigkeiten? Junge, hier liegen die Fähigkeiten. Ist das Luft? Ich habe Luft gefunden. Oh mein Gott. Hier liegen die Fähigkeiten rum wie Bonbons auf der Straße. Ja, okay, Bonbons liegen nicht auf der Straße. Und es ist nicht so, dass ich Bonbons auf der Straße aufgenommen habe und gegessen habe. Der will Loot klauen. Ja, okay, okay. Ja, guck mal jetzt, guck mal. Immer erst schießen und dann abhauen, ne? Wir machen Action hier. Okay, ich gehe raus. Junge, nimm Erde. Nimm Wasser. Nimm Feuer. Nimm Luft. Okay, das war gefühlt alles Erde. Und dann kam irgendwann Feuer. Ich weiß gar nicht, warum ich Luft gesagt habe. Stopp. Braxis is me, das ist der Boss. Stopp. Braxis is me, das ist der Boss. Kann ich auf Wasser? Ich kann surfen. Was? Das erinnert mich an die Surfdinger. Ey, wie cool ist das denn? Entschuldigen Sie. Sie haben falsch geparkt. Das gibt eine Anzeige und drei Punkte und... Junge, er sieht aus wie der Anzeigenhochmeister. Der ist auch gelb angezogen. Äh, okay. Äh, ja gut. Ich glaube, mein Schwein tanzt. Ja, okay, Schweine können nicht tanzen. Das hieß irgendwie anders. Ich weiß nicht mehr wie. Ein Nosekin. Oh. Jetzt nur noch den da hinten. Aber wie weit geht das eigentlich? Komm her. Mit Feuer. Ich treff dich doch. Diese Feuer ist ja Vollmüll. Ja, okay. Ich hab ihn trotzdem. Ah, Kiste, girl. Na, like it. Was macht ihr da drüben? Oh. Guck mal, diese Berg und so. Junge Fortnite, was habt ihr gemacht mit dieser Erdefähigkeit? Was ist da ein Problem eigentlich? Sag mal Spider-Man. Sag mal Spider-Man kurz. Äh, Spider-Schwein. Spider-Schwein. Wer schießt auf mich? Spider, Spider. Spider-Schwein. Headshot. Oh mein Gott. Hab ich ihm gerade Headshot gegeben? Hä? Das wird ernst? Ich glaub, das hier... Sind das die letzten? Nimm Feuer. Okay, guck jetzt. Mit meiner Attacke hol ich jeden epischen Sieg. Guck jetzt. Alle gleichzeitig. Daneben. Ich hab zwei. Oh mein Gott, das bleibt spannend. Die letzten zwei. Oh mein Gott. Nein, 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 nein. Chill, 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 chill. Oh. Das sind die letzten zwei. Wo seid ihr? Ich schaff das. Die heilen sich gerade, oder? Heilen die sich gerade? Nein, 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 nein. Warte mal kurz. Oder holt er ihn gerade wieder? Hallo, öffnen Sie die Tür. Oh nein, nein. Bitte. Komm schon. Let's go. Freunde, wir haben den epischen Sieg geholt. Und es war, es war eine schwere Geburt. Nur mit den mythischen Fähigkeiten. Und ganz wichtig, kauft mein Merch. Hier, guck, das sieht richtig gut aus. Im Sommer, ihr seid fresh. Sonne, T-Shirt. Guck jetzt, guck jetzt. Hey, ich kann es gerade nicht glauben, warte.